hallo freunde herzlich willkommen zu einer weiteren ausgabe von energy 15 und wir spielen wieder in montreal ist das unglaublich momentan wie viele heimspiele wir haben ist das gefühlte weiß ich nicht das achte spiel in folge oder so ich habe keinen schimmer muss ich mal nachgucken aber so die letzten drei vier waren auf jeden fall jedes mal zu hause dieses mal geht es gegen die new jersey devils ran und da müsste mr snyder im tor sein ich hoffe er ist es nicht denn wenn doch dann werden wir wieder unglaubliche probleme haben an ihm vorbeizukommen der mann ist einfach unglaublich absolut einer der besten in der liga und ja freunde was gibt es großartig zu sagen das letzte spiel von uns oh gott carrie price das ding ist schon so verloren das ist schon verloren es tut mir leid aber momentan jedes mal wenn ich carrie price sehe dann ne ja das letzte spiel von uns das war ja noch schlechter als das davor scott clemonson ok 91,2 drei shutouts nicht schlecht was wo kommt der denn her der mann scheint ja fast genauso gut zu sein wie es schneider und ja wie gesagt unser letztes spiel war absolut grottig wir haben nicht einen einzigen schuss aufs tor abgegeben das ist ne ja spiel auch miserabler parasiton mein teamkollegen dafür war der check umso besser ja toll anstatt gleich zu passen du dämlicher esel mann 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 die checken heute auch das sehr sehr körper betontes spiel hier markauf startete gegen angriff die anderen spieler nutzen die zeit zum wechsel achte auf puck verlust ich kann mich nicht erinnern dass ich überhaupt einmal den puck hatte aber gut hervlett lassen möglichkeit und sam schnappt sich die scheibe bevor es brenzlech wurde parent startet den gegeneintriff auf pacioretty was macht pacioretty max pacioretty unser top goalie top goalie top torschütze top goal getter so meine güte heute sind wir aber auch wieder verplant das gibt es ja wohl nicht meine meine güte meine güte meine güte so sind wir jetzt wenigstens auf dem eis ja sehr schön kann die statistik statt jedes mal kann die taktik hier wieder ein bisschen anpassen möglichkeit schöner doch gott von eigenen spieler momentan wirklich ist absolut der wurm drin wir kriegen hier keinen fuß gefasst wir kollidieren ständig mit gegen mit eigenen spielern und hast du nicht gesehen es ist zum kotzen ständig stehen wir uns hier selbst im weg passen irgendwelchen schrott daher es ist nicht mehr normal freunde es ist irgendwie ja ich weiß nicht möglichkeit jetzt galt schen juck und der letzte punkt ist auch schon wieder ein wenig ja war glaube ich vor drei spielen oder so jetzt die möglichkeit schön gepasst sind zurückgepasst jetzt der pass nach unten und katschen juck der muss doch drin ist was power auch kommen ich bitte euch was denn jetzt los wir kriegen hier die strafe wegen torhüterbehinderung das darf doch nicht wahr sein die zähne hätte ich jetzt aber gerne nochmal gesehen der pup war davor drin der pup war davor drin und dann erst bin ich in den goalie gekracht oh ey leute ihr seid doch absolut behindert Jaromir Jagre Henrik Larsen und green jetzt mit dem schussversuch und fries noch keine probleme gott sei dank sap schnappt sich die scheibe irgendwie wir kriegen den punkt jetzt der breakaway passen rüber natürlich klappt es wieder nicht es ist zum kotzen freunde wir und unsere pässe momentan gerade jetzt wirklich es ist einfach es ist absolut verflucht möglichkeit und drin ist das ding dieser scheiß goalie der kriegt nix gehalten dieser ich habe es euch gesagt freunde absolut elias mit dem tor jaggere und green mit dem assist wir liegen mal wieder 1 zu 0 zurück was war denn das für ein schlechter pass ich bin froh dass ich wenigstens nicht die einzige bin der so schlecht passt nein auch meine teamkameraden tun es und der schuss eben ich weiß nicht warum man den nicht gehalten hat nächste möglichkeit nächstes beinah tor jetzt hat er meinen schutz gehalten unglaublich und das erste drittel ist vorbei freunde das erste drittel ist vorbei detroit führt hier mit 1 zu 0 unnötigerweise ich fand den schuss von elias jetzt nicht so schwer aber ja price mit einer 92 erwertung ich erwähne es immer wieder gerne sieht das ganze anders ne also von den 92er goalie habe ich definitiv mehr erwartet da muss mehr kommen da soll mehr kommen und äh ja ich sage es immer wieder ich möchte äh 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 dingensens als erst torwart äh äh tukarski als erst torwart haben das wäre viel viel besser der mann hält viel besser ich würde mich viel sicherer fühlen ach icing na toll ich würde mich viel sicherer fühlen und das würde wahrscheinlich auch der ganzen mannschaft helfen wenn sie wüssten dass sie goalie haben auf den sie sich verlassen könnten und das ist eben momentan nicht der fall wir können uns auf price nicht verlassen ganz sicher nicht nächste möglichkeit jetzt mal eine schöne parade gebe ich zu aber das hat doch eher seltenheitsfaktor und das war jetzt keine torhüterbehinderung oder was ach komm leck mir doch den schuh jetzt schießen wir auch endlich mal wieder rauf lang lang ist her ja wir konnten den puck irgendwie noch zu galchenjou bringen der schießt auch so aber clemensen hält so jetzt geht es wieder in die andere richtung in richtung von unserem tor elias möglichkeit 1 2 und schöne paraden jetzt fängt er an langsam wieder gut zu halten das ist immer das gleiche erst muss er immer muss er erst ein tor kassieren das ist absolut ätzend so wir sind raus kopf hoch lass dich nicht einschüchtern du musst das tor treffen lass den torhüter schützen ja ich gebe mir alle mühe lassen mit der möglichkeit nachquatsch falsche seite elias jetzt mit dem gegenangriff wird aber rühde gestoppt mit einem wunderschönen check und jetzt plekernik 1 gegen 2 da kommen die anderen spieler und der fehlpass absoluter fehlpass vielleicht kommt der puck ja doch irgendwie noch ins tor plekernik hinterm tor es wird gefährlich er muss den puck irgendwie nur wegkriegen patcheretti gibson zu patcheretti die er spielt jetzt garantiert zu emilien emilien nein der schießt nicht ja es ist traut sich keiner den abschluss zu machen die passen wild hin und her aber keiner versucht es mal ist momentan wirklich ein problem bei uns unsere absolute abschluss schwäche da muss der trainer unbedingt demnächst mal macht wohl sprechen da muss unbedingt mal was passieren emilien jetzt vielleicht mal mit dem schuss von der blauen der kann es doch sehr schön so was will ich sehen auch wenn der schuss nicht reingeht aber wenigstens mal hier versuchen zeigen dass sie da sind emilien möglichkeit jetzt blickernik was der war nicht drin möglichkeit und klemmenzen direkt in die fangen hand war aber ein schöner schuss schöne chance von uns das ist was ich meine einfach mal zeigen dass wir da sind dass wir präsent sind einfach mal druck machen für den torwart irgendwann kommt das ding das dann einfach mal durchflutscht da ist es das ist was ich meine einfach mal versuchen schöner schlenzer von der blauen oben links in die ecke und da ist das ding drin tor nummer 29 sehr schönes ding pk7 ungellige der anscheinend wieder da ist mit dem assistant hier sehen wir das noch mal ein wunderschöner schlenzer schlenzer die können wir wirklich gut ich weiß gar nicht warum ich immer so viele schlagschüsse versuche schlenzer sollte ich viel öfter machen wieder und dann klappt es auch dann klappt es auch mit dem tore schießen und da ist er endlich der ausgleich oh das war ein wichtiges tor freunde das war ein wichtiges tor und jetzt heißt es nicht nachgeben zack schöner pass nach hinten aber was war das da ist der puck wieder beim gegner gionta und jetzt der breakaway oh man mir wird schlecht und price wunderschön gehalten sehr schön und das zweite drittel ist vorbei eins zu eins der spielstand beide torhüter wirklich gut bis jetzt mal abgesehen von dem ausserzer oder beziehungsweise von dem ersten gegentreffer von price macht er hier wirklich vernünftigen job ich habe es ja gesagt wirklich er braucht immer ein gegentor danach fängt er an richtig gut zu halten meistens aber dieses eine gegentor das ist schon vollkommen unnötig und total ärgerlich und das ist das manchmal was den unterschied macht 9 zu 10 chancen relativ ausgeglichen gefällt mir gut volle offensive ja gut wenn ihr wollt äh elias der mann ist gefährlich das hat er schon gezeigt zappen holt sich hier den puck oh schöne möglichkeit jetzt vielleicht noch mal gelliger zu uns nein oh das knapp auch mal nicht heute den puck anfordern meine güte jedes mal das gleiche bloß aufpassen mit dem schläger schöner save von price noch mal gehalten und jetzt wurde es brenzlig für detroit äh new jersey wieso ja freunde unser spieler der muss noch deutlich besser werden 2 1 da ist es wieder na gut aber der war wirklich schwer zu halten da kann ich preis keinen vorwurf machen alleine schon martin havelet ja alleine schon dass er da so frei zum schuss kommt ist absolut ja drei spieler auf der linken seite keiner war auf der rechten seite und so kommt es dann preis vollkommen aus sich allein gestellt und dann geht das ganze in die hose ja 2 1 new york new jersey new jersey führt erneut erneut heißt es für uns hinterherlaufen auf den ausgleich hoffen und ja gilbertschück gemacht emilien plekaneck patchoretti max patchoretti der mann kann es doch plekaneck puck immer noch im gegnerischen drittel gilbert plekaneck schuss von der blauen nein zazak holt sich die scheibe bevor er schießen konnte genau das gleiche macht montreal jetzt aber auch sehr schön sehr gut parent ho spielen die minder nein da fehlt der pass da hat der pass gefehlt nein er dikt da lieber ganz alleine rum meine güte oh 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 gilbert bau keine scheiße kam jerry und preis schöner save und das was preis macht ist auch unglaublich wichtig bringt erstmal wieder ein bisschen ruhe ins spiel es gibt buddi die reihen können ganz in ruhe durchwechseln und ja so muss es sein und hier sehen wir nochmal den fehler von gilbert der hätte zur entscheidung führen können gott sei dank dieses mal aber wachsam carry price so wir sind wieder auf dem 1 session oh und da ist es drin da ist es drin 3 zu 1 jetzt ist jetzt ist scheiße wunderschönes tor muss ich ganz ehrlich sagen der pass der war absolut geil ryan clow Larsen jetzt sehen wir nochmal den pass zack und clow steht dann natürlich genau richtig wartet eigentlich nur auf den Punkt und schiebt ihn dann rein das ist das das kriegen wir auch noch nicht hin wir wissen immer noch nicht ganz wo wir stehen sollen ich stelle mich ja immer mehr so in die Mitte wie heißt das doch so schön es gibt tage da verliert man und es gibt tage da gewinnen die anderen dürft ihr euch aussuchen was heute der Fall ist wir haben zwar ein Tor geschossen aber ansonsten unsere Leistung auch wieder ja mittelmäßig ich bin nicht zufrieden was der Trainer sagt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht habe ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet aber ja wie gesagt ich bin nicht zufrieden ich bin absolut unzufrieden mit unserer Leistung ach komm dann kriegen wir auch noch so eine scheiß Pässe ey es ist absolut absolut zum Kotzen so wir sollen runter vom Eis das machen wir auch das tun wir uns nicht länger an hier vielleicht nochmal das 4-1 nein schöner Save von Price mit dem Fuß oder mit dem Schubschub wie man es nimmt Gallagher Bernabeau 30 Sekunden nur noch zu spielen ich weiß gar nicht wo der Puck ist ah der Puck ist bei Gilbert ist ja schön jetzt die Startschuss Proust vielleicht noch einer Irrda gib ab und dieser Clemens der Held wunderbar macht einen guten Job hier und es sind nur noch 9 Sekunden zu spielen ich würde sagen ich lege mich fest ich würde sagen das Ding ist gegessen New Jersey gewinnt das Spiel hier mit 3-1 vielleicht sogar noch mit 4-1 vielleicht kommt ja noch das LB-T-9-Goal ich weiß es nicht selbst wenn wir es noch den Anschluss schießen würden das würde nichts bringen 9 Sekunden reichen einfach nicht aus ja nach nur einem Sieg geht es dann direkt wieder in die Niederlagenserie traurig Freunde absolut traurig ihr seht es Montreal ist alles andere als zufrieden hier die Chancenauswertung die war wieder einmal katastrophal Chancen waren ja da darüber kann man nicht klagen Price ich weiß nicht er hat teilweise sehr gut gehalten und dann wiederum teilweise sehr schlecht gehalten es ist sehr durchgewachsen seine Leistung sie ist einfach nicht stabil genug ja was soll ich da noch sagen 17 zu 15 Schüsse also aus 17 Toren wirklich nur aus 17 Schüssen nur ein Tor zu machen ist ist wirklich traurig hier sehen wir nochmal die Freestars Elias wir und Marty Havlett jeweils mit einem Tor und Elias sogar zwei Punkte mit einem Tor und einem Assist so das war es jetzt auch schon wieder mit dieser Folge ich bedanke mich fürs Zuschauen sage macht's gut und bis zum nächsten Mal euer Nation Zero tschö